Was für eine wunderbare vorweihnachtliche Überraschung! Die Kreisheimer Traditionsfirma Hesterberg unterstützt die Bücherei im Kreuzfahrt-Gemeindehaus mit einer großzügigen Spende. Die Bücherei besteht seit nunmehr 27 Jahren. Wir sind eine reine Kinder- und Jugendbücherei. Unser Angebot richtet sich bereits an die allerkleinsten Kindergartenkinder, Grundschulkinder und auch an etwas ältere Leser. Unser Bestand ist stets aktuell, wie zum Beispiel hier dieses Weihnachtsbuch. Neuerscheinungen fehlen natürlich auch nicht. Dann haben wir ganz viele Bücher für die Erstleser im Angebot, aber auch für ältere Leser. Spiele gibt es bei uns, Brettspiele, Gesellschaftsspiele und die drei Fragezeichen-CDs dürfen natürlich auch nicht fehlen. Genauso wenig wie die DVDs zu gucken. Eine Besonderheit sind noch unsere bilingualen Bücher, wie hier zum Beispiel Bin ich klein in arabischer Ausführung. Darum nochmals unseren ganz herzlichen Dank auch an Omnium für diese wunderbare Aktion in einer ganz besonderen Zeit. Die leuchtenden Kinderaugen sind der beste Beweis dafür. Herzlichen Dank auch im Namen des gesamten Büchereiteams. Herzlichen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020